100% Hardis, 100% Wohlbefinden Bereits seit 1934 verbinden wir bei Hardis die traditionellen Werte eines Familienunternehmens in dritter Generation mit dem neuesten Stand der Technik in den Bereichen Bad, Heizung, Sanitär und Service. Auf über 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche finden Sie stets innovative Ideen für Ihr neues Traumbad sowie pfiffige Einrichtungsbeispiele. Anspruchsvolles Design und ausgefallene Lösungen sind unsere Stärke. In einem ausführlichen Beratungsgespräch entwickeln wir mit Ihnen zusammen ein bedarfsgerechtes Konzept, das Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen zu 100% gerecht wird. Höchste Qualitätsmaßstäbe sind für uns selbstverständlich. Die termingerechte Durchführung aller Bau- und Modernisierungsmaßnahmen ist unser Anspruch. So erhalten Sie bei Hardis von der ersten Idee bis zur professionellen Endmontage alles komplett und zuverlässig aus einer Hand. Von der Brennwertanlage, über Wärmepumpen bis zur Kraft-Wärme-Kopplung. Hardis bietet Ihnen immer die beste Lösung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und dem Know-how unserer speziell geschulten Mitarbeiter. Natürlich enthält unser Leistungsangebot auch die professionelle Wartung, damit optimale Wirtschaftlichkeit und Sicherheit Ihrer Anlage zu 100% gewährleistet bleiben. Unser Einsatz auf dem Feld der erneuerbaren Energien ermöglicht es Ihnen, unter anderem mit Solarthermie oder Photovoltaik höchste Ansprüche an Klimaschutz und Energieeffizienz zu verwirklichen. Fordern Sie uns! Unser Hardis-Leistungsteam bietet Ihnen stets kompetente Beratung und individuelle Lösungen. Durch regelmäßige Weiterbildungen unserer Techniker sowie die schnelle Zugriffsmöglichkeit auf unsere umfangreichen Lagerbestände können wir Ihnen flexible und zuverlässige Wartungen und Reparaturen garantieren. Erst wenn Sie zu 100% zufrieden sind, haben wir unser Ziel erreicht. Wasser und Wärme von Hardis. Wir schaffen Lebensqualität. Wasser und Wärme von Hardis